Etwas aus der Gartenzweig-Miez-Glücksschwein-Edition Facebook-Mentalität Geschrieben von Möfrig Liebe am 13. Januar 2017 Facebook-Mentalität Ich sage dir, warum du zuhörst und warum du das liest Du suchst nach Bestätigung Nach genau der Zeile, die dir Recht gibt Unkompliziert Weil ja alles so einfach ist Die Buchstaben müssen nur groß genug sein Leicht lesbar Eine schöne Nackte daneben Oder ein Heimsieg Wer dir widerspricht, kann es gar nicht gut mit dir meinen Kann es nicht gut mit dir meinen Weil du Selbst ja nur Widersprichst Wenn du dich gekränkt fühlst Und du bist schnell gekränkt Hörst du noch zu? Nein Nein Du hörst nicht mehr zu Du willst das nicht hören Schade Ich wollte dir gerade etwas besonders Nettes sagen Hey, komm erstmal